Nachmittag Die Kamera ist genau so drüber. Wenn man so viel gehört haben... Können wir Katharina noch so positionieren? Er hat viel mehr Kanzler als Sie. Vielleicht kriegen wir es da hinten. Tiefer, tiefer. Ja? Simon? Ja? Ich fang nicht zu schwenken. Boah, quala! Ja. Haben wir ein Problem? Woran liegt es eigentlich, dass du so oft nachgebudert werden musst und deine Partnerin hier nicht? Weil der Zoom auf mich geht. Aber die zieht sich ja eh her. Ist eh unwichtig. Wer den Kühlenlenkwings geschminkt wird. Nicht durch. Ja. 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 Ja, der ist nicht schön. Kamera läuft. Bitte. Ja, der ist nicht schön. Ja, der ist nicht schön. Ach so. Ja, der ist nicht schön. Ja, der ist nicht schön. Ja, der ist nicht schön. Ich finde, Max hat ein bisschen viel Bewegung gesehen. Für mich wäre das quasi ein Witzball vom Wasser immer. Sehr kühl. Ja. Ich warte ein bisschen. Ja. Wo haben wir das denn da? 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 Ja? Ja, das ist ja da. Jetzt sagst nichts eigentlich. Wo soll der oben fahren? Du kannst auch unten stehen lassen. Ja, genau. Was hat's denn? Ah, das ist ein Gerott, was Handlnach. Na ja, können wir von einem Vierer rum rum. Einen Vierer können wir dann drüber nehmen. Das ist das Wicht im Endeffekt. Es sei denn, du schaffst, es ist schneller, dass du nachher gegen dich da schnell herstellst. Jetzt sind wir kurz noch nicht schon beim Stoß. Ich glaube nicht, der ist halt. Nicht Stress macht, aber... Wir haben nicht mehr viele Leute da. Ah, Pfeffer. Gut. Ich? Ah, nur wenig Pfeffer. Neusten? Leuchtend? Und... Und... Ist das besser? Da eine Gucke. Er ist auch kommt höher, aber... Kommt höher und... Na ja, wir gehen. ... und jetzt nur den Mund auf und weg. Genau. Danke. Ach, ich glaub die war so. ... so ein Spiel, als wenn du anstößt und dann... Moment. und bitte wir können jetzt nur ein bisschen billiards spielen oder